Also ihr seid 1.758, Harry Potter! Wow! Foto, bestes Lächeln! Expecto? Patronum! Super! Und wir haben nicht nur den Versuch gemacht, sondern wir haben den Weltrekord geknackt. Das war für uns mehr als aufregend im Vorfeld, weil wir wussten ja nicht, ob 500 Leute, 1000 oder 5000 Leute kommen. Weil wir einfach Harry Potter lieben, natürlich besonders meine Tochter und weil wir noch Ferien haben und unbedingt dabei sein wollten bei dem Weltrekordversuch. Ich habe mir gerade die Blitznabe aufgemalt, damit ich dann auch ein echter Harry Potter bin. Oder Harry Potterin, wie auch immer. Und jetzt gehen wir zum Weltrekord.